Hallo Frau Schubert. Die desolate finanzielle Situation Ihres Vermieters könnte ein Grund sein, weshalb er das Haus möglichst schnell verkaufen muss und ihn deshalb den Überfall anhängen will. Stimmt, das könnte sein. Dieser Mistkerl. Hallo Frau Schubert. Dürfte ich noch einmal das Traumgleit sehen, dass ich mich so unsterblich verliebt habe? Aber gerne. Was hat Ihr Verlobter denn gesagt? Hat er das Budget aufgestockt? Er findet das Kleid zu teuer. Leider. Wirklich schade. Dabei steht Ihnen das Kleid fantastisch. Aber man kann ja nicht einfach eine Bank ausrauben, nur um sich ein Hochzeitskleid leisten zu können. Na, Sie haben ja Ideen. Ich habe mich in dem Kleid schon zum Altar schreiten sehen. Und alle bewundern mich. Meine Familie, meine Freunde und vor allem Jörg. Ich muss das Kleid einfach haben. Wie wäre es mit einem kleinen Rabatt? Soweit ich von Jörg weiß, müssen Sie den Laden sowieso bald schließen. Was? Das könnte Ihrem Verlobten so passen. Sie können ihn bestellen, er täuscht sich. Aber Jörg hat gesagt, das ist sicher. Ich habe Ihrem Jörg keine Zusage gegeben. Wenn er etwas anderes behauptet, dann lügt er. Sie sollten sich wirklich überlegen, ob Sie so einen Mann heiraten wollen. Wie bitte? Was fällt Ihnen ein? Frau Schubert, bitte beherrschen Sie sich. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich für so eine Intrige hergeben. Aber ich lasse mir kein Verbrechen anhängen. Weder von Ihnen noch von Ihrem Verlobten. Wie können Sie sowas sagen? Jörg ist ein wundervoller Mann. Er würde nie irgendetwas Kriminelles tun. Aber unter diesen Umständen ist es wohl besser, wenn ich mein Brautkleid woanders kaufe. Frau Schubert, was sollte das jetzt? Frau Lehmann könnte es wirklich gewesen sein. Sie sieht genau aus wie die Frau auf dem Überwachungsvideo. Sie hätten sich besser zurückgehalten, bis ich ihr Alibi überprüft habe. Tut mir leid. Das Brautkleid wird Sie jetzt sicher nicht kaufen. Aber hätte ich das Geld gut gebrauchen können. Ich glaube auch, Sie haben jetzt ganz andere Sorgen. Ich mache mich jetzt jedenfalls sofort auf den Weg zu diesem Fitnessstudio und versuche herauszufinden, ob die beiden tatsächlich da waren. Ich melde mich später bei Ihnen. Bis dann. Tschüss. Schubert? Herr Kommissar, was gibt's? Was? Sie durchsuchen gerade mein Haus? Ja, dürfen Sie das? Ja, okay, ich komme sofort. Rita Schubert hält die Hausdurchsuchung für reine Schikane und will die Sache deshalb schnell ohne ihre Anwältin klären. Ja, muss das jetzt wirklich sein? Kriminal-Hauptkommissar Bernd Reuter und sein Kollege von der Schutzpolizei lassen sich nicht beirren und setzen ihre Suche fort. Mit Erfolg, wie sich kurz darauf zeigt. Aha. Herr Kommissar, kommen Sie doch bitte mal. Was könnte die Tatwaffe sein? Das Kaliber passt zu den Projektilen, die wir bei dem Überfall gefunden haben. Ja, aber das kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wie die Pistole herkommt. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe noch nie eine Waffe besessen. Und wie ist sie dann in Ihr Schlafzimmer gekommen? Frau Schubert, es wird eng für Sie. Ich muss Sie leider festnehmen. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Mir bleibt leider keine andere Wahl. Wir werden die Waffe jetzt kriminaltechnisch untersuchen lassen und dann sehen wir weiter. Sie sollten in jedem Fall Ihre Anwältin anrufen. Nach dem verzweifelten Anruf ihrer Mandantin Rita Schubert hat sich Anwältin Simone Dahlmann direkt auf den Weg zum Polizeipräsidium gemacht. Hallo Frau Schubert, alles in Ordnung? Nein, das ist gar nichts in Ordnung. Die Polizei hat bei mir zu Hause eine Waffe gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Liegt denn schon das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung vor? Hallo Frau Dahlmann. Hallo Herr Reuter. So, jetzt ist es sicher. Bei der Waffe hier handelt es sich eindeutig um die Tatwaffe. Wir haben übrigens die Fingerabdrücke von Frau Schubert da aufgefunden. Das ist unmöglich. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, die Waffe gehört mir nicht und ich habe sie auch nicht angefasst. Also wissen Sie, das haben wir jetzt wirklich schon oft genug gehört. Die Fakten sind eindeutig, beweist Ihre Schuld. Ich werde jetzt den Staatsanwalt informieren, damit der den Haftbefehl für Sie ausgibt. Ich bitte Sie, lassen Sie uns doch nochmal alles in Ruhe durchdenken. Ich bin mir sicher, Sie machen einen Fehler. Einen Fehler? Das machen Sie sich doch nicht lächerlich, Frau Anwältin. Auf der Tatwaffe sind eindeutig die Fingerabdrücke Ihrer Mandantin. Fingerspuren? Moment mal bitte, wenn ich mich richtig erinnere... Herr Reuter, bitte tun Sie mir einen Gefallen, bevor Sie zur Staatsanwaltschaft gehen. Bitte lassen Sie mich das Material der Überwachungskamera einsehen. Also schön, wenn Sie dann endlich Ruhe geben. Du würdest doch bitte kurz bei der Beschuldigt bleiben, wir kommen gleich, ne? Bitte sehr. Danke. Setzen Sie sich. Danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Da, sehen Sie. Hat mich mein Erinnerungsvermögen doch nicht getäuscht. Die Frau hier bei dem Überfall, die hat Handschuhe getragen. Ja und? Ja, aber verstehen Sie denn nicht? Wenn das hier wirklich meine Mandantin gewesen sein soll, und sie bei dem Überfall schon so umsichtig war, dann hätte sie doch die Fingerspuren an der Waffe abgewischt und die Tatwaffe sofort entsorgt. Wissen Sie was? Das überlasse ich jetzt dem Richter. Meine Arbeit ist hier mitgetan. Aber sehen Sie denn nicht, wie absurd das alles ist? Der Wachmann, der wurde mit einem gezielten Schuss ins Bein getroffen. Meine Mandantin ist keine Schützin. Die hat noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Aber dafür hat sie verdammt gut getroffen, finden Sie nicht? Die Fingerabdrücke Ihrer Mandantin sind auf der Tatwaffe. Finden Sie sich endlich damit ab? Zur gleichen Zeit hält Ritas Ehemann im Brautmodeladen die Stellung. Kundin Katrin Lehmann nutzt die Gunst der Stunde und versucht nun bei ihm einen Rabatt für ihr Traumkleid rauszuschlagen. Das sieht fantastisch aus. Ich würde Sie sofort heiraten. Jetzt darf ich nicht mehr weiterreden, sonst verbrenne ich mir noch den Mund. Ach, das bleibt unter uns. Aber Sie sehen doch auch, das ist mein Kleid. Das muss ich haben. Bitte, haben Sie ein Herz. Der volle Preis, das geht nicht. Sonst muss ich Ihrer Frau verraten, was Sie eben zu mir gesagt haben. Sie schrecken nicht mal vor Erpressung zurück. Unglaublich. Sie lassen mir ja keine andere Wahl. Bitte. Also gut, weil Sie es sind und weil ich ja immer noch hoffe, dass ich mich mit Ihrem Verlobten geschäftlich einigen kann. Ich gebe Ihnen 35 Prozent. Danke, danke, danke. Damit machen Sie mich zur glücklichsten Frau der Welt. Ja. Na, das scheint ja ein sehr toller Laden zu sein. Hier bekommt man Brautkleid und den Ehemann gleich mit dazu. Tja, naja, ich bemühe mich eben, meine Kundin zufriedenzustellen. Was, schön, schön, dass Sie hier vorbeischauen. Was kann ich denn für die Tue? Moment, nur um sicher zu gehen. Unter diesen Konditionen nehme ich das Brautkleid auf alle Fälle. Lassen Sie uns das gleich klar machen. Ja, natürlich, gerne. Und vielleicht könnten Sie auch gleich die Schneiderin informieren. Der Saum muss noch etwas gekürzt werden, damit das Kleid bis zur Hochzeit auf alle Fälle fertig wird. Überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin. Lassen Sie mich kurz mit der Kundin reden, dann bin ich gleich wieder bei Ihnen, ja? Aber das ist doch gar kein Problem. Ich schaue einfach nachher nochmal vorbei. Wiedersehen. Wiedersehen. Was meinen Sie, wenn man das Kleid hier noch ein bisschen enger machen würde, würde es die Taille besser betonen und die Brust kommt besser zur Geltung? Ja, das kann man, das kann man sich, klar, bestimmt. Ich bin so froh, dass Sie heute im Laden sind und nicht Ihre Frau. Die ist, um ehrlich zu sein, ein wenig merkwürdig. Gut, dann, ich rufe mal die Schneiderin an, die kann uns sicher mehr dazu sagen. Ich denke immer noch, dass meine Mandantin reingelegt worden ist. Vielleicht hat ihr jemand die Waffe im Schlaf in die Hand gedrückt. Aber das ist doch Quatsch. Wer soll denn das gewesen sein? Ich habe da so einen Verdacht. Der Vermieter meiner Mandantin, Jörg Baskin, der steckt in Geldschwierigkeiten. Und der versucht, meine Mandantin dazu zu bringen, vorzeitig diesen Mietvertrag aufzulösen. Was hat das mit dem Überfall zu tun, der im Übrigen von einer Frau begangen wurde? Jörg Baskin hat eine Verlobte, Katrin Lehmann, und die sieht meiner Mandantin extrem ähnlich. Vielleicht haben die beiden diese üble Intrige gegen meine Mandantin gesponnen, um sie so aus dem Laden zu drängen. Moment mal, mir fällt da gerade was ein. Es gab doch diese Zeugin, die den Wagen meiner Mandantin gesägen hat. Wie hieß die doch mal? War das vielleicht Katrin Lehmann? Schade, das wäre auch zu einfach gewesen. Hier steht Claire Krause. Tja, sehen Sie? Trotzdem, bitte gehen Sie dem nach. Vor allen Dingen überprüfen Sie das Alibi der beiden. Die beiden behaupten, zur Tatzeit zusammen im Fitnessstudio gewesen zu sein. Also gut, ich werde dem nachgehen. Aber Ihre Mandantin kommt trotzdem in Untersuchungshaft. Würdest du Frau Schubert bitte zur erkennungsdienstlichen Anfassung bringen? Muss ich jetzt wirklich hierbleiben? Können Sie nichts dagegen tun? Im Moment sind mir leider die Hände gebunden. Aber ich werde alles dafür tun, damit Sie hier so schnell wie möglich rauskommen. Ja, bitte helfen Sie mir. Ich weiß echt nicht, wie ich das raushalten soll. Ich tue, was ich kann. Versprochen. Ach, noch was? Ja? Könnten Sie bitte meinem Mann Bescheid geben? Er müsste im Laden sein. Ich hatte ihn auch angerufen, bevor ich zur Durchsuchung unseres Hauses gefahren bin. Ja, natürlich. Was soll ich ihm sagen? Er soll sich bitte um den Laden kümmern. Und er soll bitte ein paar Sachen einpacken und mir bringen. Zahnbürste und so. Ich kümmere mich drum. Bis bald. Ich kann es dem Kommissar nicht übel nehmen, dass er Frau Schubert bei der aktuellen Beweislage für schuldig hält. Umso wichtiger ist es herauszufinden, ob das Alibi von Jörg Baskin und Katrin Lehmann wirklich Bestand hat. Aber zuerst muss ich zu dem Mann von Frau Schubert. Das habe ich ihr versprochen. Dann, viel Freude. Danke. Vielen, vielen Dank für den großzügigen Rabatt. Den Rest überweise ich Ihnen, sobald ich zu Hause bin. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben das Kleid mit einem großzügigen Rabatt verkauft? Ja. Das ist immer noch besser, als es nicht zu verkaufen. Aber nicht im Sinne Ihrer Frau. Die Frau, die wollte Frau Lehmann keinen Rabatt geben. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen Rechenschaft schuldig bin. Erzählen Sie mir lieber, was mit Rita los ist. Sie wurde festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. An der Tatwaffe, die die Polizei bei Ihnen im Haus gefunden hat, wurden ihre Fingersporen festgestellt. Das heißt, sie hat diesen Überfall wirklich begangen? Um diesen Laden zu retten, das ist doch verrückt. Das bezweifle ich. Ich denke immer noch, dass hier jemand diesen Raub anhängen will. Vermutlich ihr Vermieter und seine Verlobte, der sie das Kleid gerade zu einem Spottpreis überlassen hat. Das ist doch Unsinn. Dieser Laden hier treibt uns alle noch ins Unglück. Je eher der geschlossen wird, desto besser. Dann hätte Herr Baskin ja erreicht, was er wollte. Warten wir erstmal die weiteren Ermittlungen ab. Ihre Frau lässt Sie bitten, ein paar Sachen für Sie zusammenzupacken und zur Polizei zu bringen. Rita ist gut. Wie soll ich Ihnen das jetzt auch noch machen? Ihr müsst doch mich um alles kümmern. Um Mareike und diesen Laden hier. Und nebenbei habe ich auch noch einen Job. Ich will gar nicht daran denken, was mein Chef sagt. Also gut, wenn Sie die Sachen zusammenpacken, dann kann auch ich Ihrer Frau die Sachen bringen. Dann würde ich Sie am späten Nachmittag abholen, okay? Gut, das würden Sie machen. Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Gut, dann packe ich ein paar Dinge zusammen. Kein Problem. Und ich kümmere mich jetzt endlich um das Alibi von Herrn Baskin und seiner Verlobten. Okay. Bis später. Bis später. Ritas Vermieter Jörg Baskin hatte bei der Polizei nämlich angegeben, zur Tatzeit mit seiner Verlobten im Fitnessstudio gewesen zu sein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie an unseren Kussen interessiert? Nein, danke. Obwohl es bestimmt nicht schaden würde. Aber in meinem Job bleibt leider wenig Zeit. Simone Dahlmann, ich bin Rechtsanwältin und würde gerne mit Herrn Jörg Baskin sprechen. Der trainiert doch regelmäßig hier. Ja, aber das habe ich schon der Polizei erzählt. Sie wollten auch wissen, ob er heute mit seiner Freundin schon da war. Und? Waren Sie? Ja, das habe ich der Polizei auch gesagt. Meistens kommen Sie ganz früh. Heute Morgen waren Sie um halb acht da. Mist. Dann habe ich Herrn Baskin verpasst. Dann muss ich morgen früh nochmal wiederkommen. Aber so früh passt es mir eigentlich gar nicht. Wie lange trainieren die beiden denn üblicherweise? Oh. Unterschiedlich. Heute waren Sie zum Beispiel nur ganz kurz an den Geräten. Zehn Minuten vielleicht. Und danach gingen Sie in den Park joggen. Das Wetter ist ja so schön. Haben Sie das der Polizei auch gesagt? Ähm, nein. Ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Ist es schlimm? Nein, nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Dann ist das Alibi der beiden ja wohl hinfällig. Ach, hallo Frau Lehmann. So schnell sieht man sich wieder. Sie sind aber ehrgeizig. Ich dachte, Sie waren heute Morgen schon trainieren. Heute beginnt ein neuer Pilates-Kurs. Den möchte ich auf keinen Fall verpassen. Aber ehrlich gesagt geht das gar nichts an. Hören Sie endlich auf, uns nachzuspionieren. Sonst werden die uns bei der Polizei beschweren. Wenn Sie meinen, ich mache nur meinen Job und versuche die Vorwürfe gegen meine Mandantin zu entkräften. Und da bin ich gerade ein ganzes Stück weiter gekommen. Na toll, schön für Sie. Frau Lehmann, Sie und Herr Basken waren heute Morgen nur zehn Minuten hier im Studio trainieren. So bis 20 vor acht. Ja und? Von hier bis zu der Tiefgarage, wo der Raubüberfall passiert ist, sind es mit dem Auto nur 15 Minuten. Kann es sein, dass Herr Basken Sie zu diesem Raubüberfall auf den Geldtransporter überredet hat? Jetzt gehen Sie wirklich zu weit. Wie können Sie so etwas von mir denken? Und Jörg ist auch grundehrlich. Er würde nie etwas Kriminelles tun. Er hat es überhaupt nicht nötig, einen Raub zu begehen. Er hat keine Geldsorgen. Ganz im Gegenteil. Ach ja? Da haben meine Recherchen aber etwas ganz anderes ergeben. Ihr Verlobter ist hoch verschuldet. Der hat sich vor kurzem verspekuliert. Was? Stimmt das wirklich? Frau Lehmann, wenn Sie das nicht wussten, dann tut mir das ehrlich leid, dass Sie das jetzt auf diese Art und Weise erfahren müssen. Aber es stimmt. Ihr Verlobter hat hohe Schulden und ist auf den Verkauf des Hauses angewiesen. Aber warum sagt ihr mir nichts? Warum belügt ihr mich? Ich meine, wir wollen heiraten. Da muss man doch ehrlich zueinander sein. Das wäre sicherlich wünschenswert, aber die Realität sieht oft anders aus. Es tut mir leid. Wiedersehen. Noch mal, es tut mir wirklich sehr leid. Das löchrige Alibi spricht eigentlich gegen Katrin Lehmann. Aber so überrascht, wie sie auf die Finanzprobleme ihres Verlobten reagiert hat, denke ich eigentlich nicht mehr, dass sie etwas mit diesem Überfall zu tun hat. Aber wenn Katrin Lehmann diesen Überfall nicht begangen hat, wer dann? Im Anschluss fährt Simone Dahlmann noch einmal zum Brautmodegeschäft ihrer Mandantin, um ein paar persönliche Sachen für die 33-Jährige abzuholen. Oh, Frau Dahlmann. Hallo. Hatte ich ja gar nicht so früh erwartet. Schön, das ist eine Kundin. Ich bin gerade in einem Kundengespräch. Sie ist zum ersten Mal hier im Laden. Ich würde sie natürlich gerne als Kundin gewinnen. Oh, dann werden Sie demnächst heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Naja, ich habe das Gefühl, dass mein Liebster mir bald einen Antrag macht und ich wollte mich mal informieren. Ja, so eine Hochzeit ganz in Weiß, das ist mein größter Traum. Und der Herr hat mich wirklich ganz ausgezeichnet beraten. Ich komme wieder auf Sie zu, wenn es so weit ist. Ja, ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr lange dauern. Ansonsten wäre Ihr Freund auch, mit Verlaub gesagt, ein ziemlicher Trottel. Ich werde es ihm ausrichten. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, jetzt zu uns, Frau Dahlmann. Einen Moment. Ich habe schon mal ein bisschen was zusammengepackt. Ein paar Kleidungsstücke, ein paar Toilettenartikel, ein bisschen was zu lesen. Da müsste eigentlich alles drin sein. Wunderbar, prima. Dann mache ich mich direkt auf den Weg. Ja, danke. Grüßen Sie Rita von mir und sagen Sie ihr, dass ich so schnell wie möglich vorbeikomme. Und nochmal vielen Dank, dass Sie das mit abnehmen. Gerne. Warten Sie, bringen Sie noch zur Tür. Tante Clea, kannst du mir wieder ein Eis kaufen? Das ist das letzte Mal, wo wir mit Papa im Zoo waren. Sie kennen die Tochter von Herrn Schubert? Ja, Herr Schubert und ich, wir sind Arbeitskollegen. Hatten wir das nicht erwähnt? Ja, genau. Sag auch schöne Grüße im Büro. Und ich komme dann morgen auf jeden Fall vorbei. So, ja, Mareike, wir gehen dann am besten mal rein. Wird schon ein bisschen kühl, ne? Stehen wir einfach hier ab. Ja, dann, äh, warte einmal. Ja. Bis dann. Bis dann. Die Rechtsanwältin hat feine Antennen. Und Leos Nervosität ist ihr nicht entgangen. Dennoch muss sie erst mal ihre Mandantin in der Untersuchungshaft besuchen. Denn die Situation setzt Rita nicht nur seelisch zu. Hallo, Frau Schubert. Man hat mir gesagt, es geht Ihnen nicht gut. Ach, ist nichts Schlimmes. Der Stress hat mir auf den Magen beschlagen. Aber es wird schon wieder, die haben mir was gegeben. Dann ist es gut. Hier, die Sachen habe ich Ihnen mitgebracht mit einem schönen Gruß von Ihrem Mann. Er will so schnell wie möglich vorbeikommen. Eigentlich hoffe ich ja eher, dass ich hier bald wieder rauskomme. Haben Sie denn jetzt das Alibi von Katrin überprüft? Ich habe mit ihr gesprochen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass sie etwas mit diesem Überfall zu tun hat. Sie hatte absolut keine Ahnung von der finanziellen Schieflage ihres Verlobten. Ja, aber wer war es dann? Tja. Frau Schubert, ich frage Sie das wirklich nicht gerne. Aber ich muss Sie bitten, aufrichtig zu mir zu sein. Kann das sein, dass Sie heute Morgen eine Verzweiflungstat begangen haben? Nein. Frau Schubert, Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Das ist ganz wichtig. Ich kann Ihnen helfen. Aber Sie müssen ehrlich zu mir sein. Nein, ich war das nicht. Das müssen Sie mir glauben. Hä, ich könnte sowas nie tun. Entschuldigen Sie, ich stelle den Mist gleich ab. Das ist eh nur eine Wiederholung. Nein, nein, Moment. Machen Sie mal lauter. Die Frau kenne ich doch. Die war heute bei ihrem Mann im Brautmohnland und hat behauptet, eine Arbeitskollegin zu sein. Das ist überhaupt nichts zu bedeuten. Dabei ist die Schauspielerin, da stimmt doch was nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert, meine ich. Diese Frau war bei mir im Laden. Ich weiß nicht. Da kommt der Abspann. Vielleicht kann ich Ihren Namen sehen. Jetzt ist alles klar. Ich muss sofort mit dem Kommissar sprechen. Simone Dahlmann hat herausgefunden, dass der anonyme Hinweis auf ihre Mandantin von Claire Krause stammt. Die Soap-Schauspielerin bereitet sich gerade auf den Dreh vor, als sie eine romantische Überraschung erreicht. Ich kann nicht ohne ihn. Mist, warum kann ich mir den Text nicht merken? Hi. Ich schätze, in 10 Minuten geht es weiter. Der Kameramann und Regisseur brauchen noch ein bisschen Zeit. Alles klar. Okay. Ach ja, das hier wurde noch für dich abgegeben. Das ist erst der Anfang. Meine Liebste. Wow. Die Anwältin ist sich sicher, dass Ritas Ehemann und die Schauspielerin unter einer Decke stecken und will ihn mit einem Trick überführen. Hallo, Herr Schubert. Gut, dass ich Sie noch erwische. Ich mache mir große Sorgen um Ihre Frau. Die hat mir vorhin gar nicht gefallen, als ich bei ihr war. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ganz furchtbar für Sie ist, aber was kann ich denn tun? Na nun, was ist denn mit Ihren Händen? Ihre Finger sind ja ganz blau. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht war alles noch in Ordnung. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist der Beweis dafür, dass Sie hinter dem Überfall auf den Geldtransport stecken. Das ist doch Unsinn. Was soll das denn hier bedeuten? Der Kommissar hat mir mitgeteilt, dass das gestohlene Geld mit der Chemikalie Minhydrin behandelt war. Dass sich bei Berührung der Scheine auf die Hände überträgt und die dann blau färbt. Das heißt, Sie haben das gestohlene Geld angefasst. Nein, nein, nein. Das habe ich... Vielleicht hat jemand hier im Laden damit bezahlt. Das könnte doch sein. Vielleicht Claire Krause? Die im Übrigen nicht Ihre Arbeitskollegin, sondern vielmehr Schauspielerin ist. Was wollen Sie denn von mir? Herr Schubert, geben Sie es doch zu. Sie haben eine Affäre mit Claire Krause. Mit ihr haben Sie den Überfall geplant. Sie hat eine blonde Perücke getragen und die Kleidung Ihrer Frau, damit jeder denkt, Ihre Frau habe den Überfall begangen. Frau Krause war es auch, die den Wagen Ihrer Frau beim Überfall gesehen hat. Und Sie waren es, der der Polizei den anonymen Hinweis auf Ihre Frau gegeben hat. So war es doch. Sie waren es auch, der die Tatwaffe in Ihrem Haus versteckt hat. Und in der Nacht zuvor haben Sie Ihrer Frau Schlaftabletten verabreicht, damit Sie ihr die Tatwaffe in die Hand drücken konnten, sodass die Fingerabdrücke da drauf kamen. Herr Schubert, Frau Krause wurde bereits verhaftet und hat gestanden. Ich denke, Sie sollten dasselbe tun. Ach, Gott, ich liebe Claire, wir wollten zusammen ein neues Leben aufbauen. Deshalb wollten Sie Ihre Frau loswerden und dabei so richtig abkassieren. Das Geld aus dem Überfall und die Ablöse für den Laden hätten Sie doch auch bekommen. Denn wenn Ihre Frau im Gefängnis sitzt, hätte sie kaum den Laden halten können. Rita und Ihre Sturheit immer. Aber ich wollte Sie eigentlich loswerden wegen unserer Tochter. Reike ist meine Prinzessin. Rita hätte mir doch nie das alleinige Sorgerecht zugestanden. Bei einer Trennung. So, ich denke, jetzt haben wir genug gehört. Abführen. Danke, das war eine tolle Idee mit der blauen Farbe. Tja, die blaue Farbe ist nämlich nicht über die Geldscheine an Ihre Hand gekommen, sondern über Frau Dallmann. Das war nur ein Bluff. Ja. Und ich werde jetzt als nächstes Frau Krause festnehmen lassen. Und stellvertretend für Ihre Frau würde ich sagen, wie du mir, so ich dir. Um Geld und das alleinige Sorgerecht für seine Tochter zu bekommen, wollte Herr Schubert seine Frau unschuldig ins Gefängnis bringen. Da muss er jetzt selbst hin und wird seine Tochter wohl für lange Zeit nicht wiedersehen. Er wird sich wegen Anstiftung zum schweren Raub und zur gefährlichen Körperverletzung zu verantworten haben. Außerdem wegen gemeinschaftlicher falscher Verdächtigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Ihm drohen mindestens fünf Jahre Gefängnis. Claire Krause, die er angestiftet hat, muss mit einer ähnlich hohen Strafe rechnen.